Was ich immer ganz nett finde, ist, wenn man das Obst quasi mit anderen Sachen kombiniert, indem man halt irgendwie sagt, du kriegst jetzt die Erdbeere und wir tauchen die vorher in Nutella oder so. Also das ist dann schon erlaubt. Ja. Und wenn du in diese Familien gehst, es ist ja sicher auch teilweise sehr schwierig auszuhalten, weil es sicher auch schwierige Familien sein können. Wie geht es dir persönlich damit? Es ist nicht immer schön. Ich bin da, um die Eltern irgendwie anzuleiten und an die Hand zu nehmen, aber auch meine Möglichkeiten sind begrenzt. Mirja, ich danke dir, dass du ganz lange hier jetzt bei uns gesessen hast. Unsere Sendezeit ist leider vorbei. Wenn Sie mehr über Mirja und ihr Projekt erfahren wollen, dann können Sie das unter ZDF täglich um 7 Uhr im Frühstücksfernsehen. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020